einen schönen guten tag zusammen heute möchte ich mit euch über vermutete manchen taucherinnen und tauchern vermutete positive wirkungen sprechen die dem nitrox als atemgas manchmal zugeschrieben werden und insbesondere über die frage macht nitrox weniger müde als ein tauchgang mit luft und denkt man unter wasser mit nitrox klarer also reduziert nitrox vielleicht den tiefenrausch was wir dazu machen wollen ist natürlich uns an der wissenschaftlichen evidenz entlanghangeln wir wollen uns angucken welche verschiedenen arten von belastung erlegen vielleicht die unterschiedlichen atemgase dem menschlichen körper auf wir möchten das dann realistisch einordnen und so halt zu einer von der rein subjektiven erfahrung einzelner losgelösten einschätzung und einordnung kommen inwieweit sich das halten lässt also dass nitrox weniger müde mache und wie sich das eigentlich verhält mit dem tiefen rausch beim tauchen mit nitrox versus dem tauchen mit luft schon gesagt ihr habt das vielleicht sogar ja auch schon mal gehört vielleicht sogar im body kreis vielleicht auf einer tauchbasis das ist nicht selten dass man mit der meinung konfrontiert wird dass man nach nitrox tauchgängen im vergleich zu luft tauchgängen weniger müde sei und vielleicht sogar die empfehlung ausgesprochen wird wenn man sich also nach einem langen tauchtag ein bisschen erschöpft fühlt doch dann in zukunft mal nitrox auszuprobieren gewinnt manchmal den eindruck nitrox sei in den augen mancher taucherinnen taucher so ein richtiges wundergas und klar da kommt dann auch der wunsch her diese erfahrungsberichte nicht nur einfach so hinzunehmen sondern die tatsächlich ja so ein bisschen auf herz und nieren zu prüfen und und rauszufinden was da vielleicht dann tatsächlich dran sein könnte ein wichtiger schritt auf dem weg dahin ist natürlich immer sich zu überlegen gibt es grundsätzlich argumente die dafür sprechen könnten dass das richtig sein könnte und jetzt beim tauchen mit nitrox naja man sich mal in erinnerung ruft warum wir das üblicherweise tun grund ist natürlich dass der geringere anteil an inertem gas an stickstoff im nitrox dazu führt dass bei ansonsten identischen bedingungen die körpergewebe natürlich langsamer aufsättigen mit inertem gas und dieses zusätzlich aufgenommene innerte gas klar das muss der körper ja auch wieder loswerden dann irgendwann und das erlegt dem körper einen gewissen dekompressions stress auf und jetzt könnte man sich natürlich überlegen der markt geringer sein wenn die aufsättigung geringer war sprich nitrox statt luft für den ansonsten identischen tauchgang verwendet wurde hinzu kommt da noch tatsächlich wir wissen dass tauchgänge auch tauchgänge bei denen in keiner weise ein unfall passiert ist dass die manchmal tatsächlich sogar in dem vorhanden seien von bläschen im venösen blutkreislauf resultieren und vielleicht ist das so wie bei vielen dingen auf der welt dass es gar keine absolut harte grenze gibt zwischen alles prima gelaufen und unfall sondern dass es da einen sehr weiten übergangsbereich gibt wo der körper halt diesen dekompressions stress auch möglicherweise das vorhanden sein dieser bläschen ja spürt und mit einer gewissen empfindung der belastung quittiert das ist also so ein denkmodell das ist erstmal sicherlich nicht unplausibel sich das näher anzugucken wenn ihr hier mal guckt dieses bild zu rechten dass eine ultraschallaufnahme des menschlichen herzens 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 eines tauchers aus einer testreihe nach einem tauchgang der muss man zugegeben er weise sagen gemacht wurde unter parametern die so angelegt waren dass man einen nennenswerten dekompressions stress erwarten sollte und was hier mit rv beschriftet ist reitventrikel also rechte herz kammer da seht ihr schon diese stark weißen dicken kurzen striche da drin das sind einzelne gas bläschen die da also tatsächlich vorhanden sind im blut und das sind nicht wenige kleine zusatz bemerkungen ihr seht auch in der linken herzkammer lv left ventricle da seht ihr auch eine solche blase tatsächlich das ist ein taucher ein bisschen eine andere geschichte aber das sind taucher der hatte ein pfo da ist also eine blase dann tatsächlich übergetreten würde dann arterial arterialisiert wie gesagt eine andere geschichte aber allein dieses vorhanden seien dieser großen menge an blasen im venösen blutstrom das mag uns denke ich doch als beispiel dafür dienen dass wir uns gut vorstellen können dass das dem körper möglicherweise einiges auferlegt diese menge an inert gas dann wieder los zu werden auf die eine andere weise und von daher ist das erst mal ein plausibles modell dem sich nachzugehen lohnt jetzt ist es aber natürlich auch so wenn man länger darüber nachdenkt dass man auch gegenargumente finden kann das eine ist man sollte sich sicherlich den dann real stattgefundenen tauchgang angucken über den man spricht es ist nicht gesagt dass beim tauchen mit nitrox der dekompressions stress automatisch geringer ist kann ja sein dass nitrox verwendet wurde um eine verlängerung der nullzeit zu erreichen und diese längere nullzeit dann auch wirklich ausgereizt wurde damit ist dann überhaupt nicht klar dass damit der kompressions stress reduziert wurde und das zweite ist ja klar wir haben inertes gas ersetzt durch sauerstoff durch ein reaktives gas das wiederum er legt dem körper aber zusätzlichen oxidativen stress auf und der mark tatsächlich je nachdem auch zu konsequenzen führen die möglicherweise auch als ein gefühl der erschöpfung als ein gefühl von ein bisschen zerschlagen sein wahrgenommen werden denn das ist auch klar wenn alle anderen parameter gleich sind dann führt ein nitrox tauchgang im vergleich zu einem luft tauchgang natürlich immer dazu dass man höheren sauerstoffpartialdrücken ausgesetzt ist jetzt was daraus machen sozusagen wie so oft am schreibtisch sitzend hat man gute argumente in die eine und auch in die andere richtung und wir wollen ja wissen was in der realität los ist das einzige was da so richtig raus helfen kann das sind eigentlich richtige wissenschaftliche studien doppelblinde randomisierte studien test tauchgänge simuliert in der kammer zum beispiel jetzt ist das natürlich so dass diese studien ziemlich aufwendig sind wie das oft beim tauchen ist ein großer aufwand der durchführung man muss ausreichend eigentlich probandinnen und probanden haben man sollte vielleicht sogar verschiedene profile testen das ist oft gar nicht realistisch machbar aber dennoch einige wirklich hilfreiche ansätze die gab es da als beispiel hier mal rausgegriffene studie von harrison kollegen veröffentlicht 2003 das waren elf taucher da hat man 18 meter tauchgänge gemacht mit entweder luft oder aber eher in 36 und der vielleicht entscheidende satz aus der zusammenfassung in bezug auf unser thema hier den habe ich rechts einfach hier mal raus kopiert es gab das ergebnis dass es keine signifikanten unterschiede bezüglich der ermüdung nach dem tauchgang gab und das ist so ein resultat das hat sich mittlerweile auch in weiteren studien ja mehrheitlich würde ich mal sagen eigentlich bestätigt keine wissenschaftliche echte evidenz dafür dass wenn alles andere gleich ist nitrox tauchgänge mit geringerer ermüdung einhergehen das also soweit vielleicht erst mal ein ergebnis dass man tatsächlich hinnehmen und ernst nehmen sollte und um das aber jetzt wieder zurück zu verbinden mit dem was wir nach unseren tauchgängen vielleicht glauben zu verspüren möchte ich auch mal die frage aufwerfen ob das wirklich für irgendjemanden von uns unerwartet ist dass man nach dem tauchen vielleicht ein bisschen müde ist wir tragen ausrüstung zum wasser vom wasser wieder weg wir müssen manchmal durch nennenswerte welle einen aussteigen wir sind unter wasser in bewegung manchmal schwimmen wir sogar gegen strömung an wir erleiden natürlich wärmeverlust wir kühlen aus und ganz wichtig wir haben viele tolle erlebnisse das ist einfach auch ein schöner und voller tag so ein tauchtag für viele von uns und oft und ich glaube das ist normal dass danach ein gewisses gefühl der ermüdung sich einstellt und zudem hinzu kommt natürlich dass wir wissen welches gas wir atmen das ist auch sehr wichtig das müssen wir wissen und das öffnet uns aber wir sind alles menschen das öffnet uns natürlich auch für placebo effekte wenn wir also fest daran glauben dass das atemgas das wir gerade verwenden uns weniger müde macht ja dann wird sich mit allergrößter wahrscheinlichkeit auch das empfinden einer geringeren ermüdung einstellen würde aber hier sagen das ist auch überhaupt nicht schlimm es ist nicht notwendig zu diskutieren über die frage ob ein mensch sich gerade müde fühlt oder nicht tauchen ist spaß und ist freude und es ist überhaupt nichts schlimmes daran das zu tun womit man sich gut und wohl fühlt das ist total ok was ich sagen würde dass man aus dieser betrachtung als lektion vielleicht mitnehmen sollte ist dass man dieses subjektive empfinden ernst nimmt dass man das hinnimmt dass man das aber bitte trennt von objektiven aussagen es ist es ist vollkommen in ordnung sich nach nitrox tauchgängen weniger müde zu fühlen es ist auch in ordnung das als grund anzusehen für sich selbst gerne nitrox tauchgänge zu machen aber man sollte das trennen von der frage sollte man nitrox jetzt menschen empfehlen die sagen mensch ich bin so müde nach dem tauchen da kann es nämlich ganz andere gründe dafür geben die man die tatsächlich also in real hart nachweisbaren situationen begründet sind das mag einfach sein dass sich der taucher der über müdigkeit klagt stark angestrengt hat und dann sollte man natürlich an der stelle gucken ob man das eben für die nächsten tauchgänge anders organisieren kann und so ja dieses thema dann eben angeht nun verwenden wir nitrox ja nicht nur als atemgas für ein tauchgang wo das eben das einzige atemgase dass wir wenn innerhalb der nullzeit sondern manchmal und für manche von euch mag das dann auch interessant und relevant werden als dekompressions gas bei tauchgängen diese in den technischen bereich reingehen und da ist es oft möglich nitrox sehr effizient einzusetzen um die notwendige dekompressions zeit zum beispiel zu verkürzen und das resultiert dann in einem insgesamt kürzeren tauchgang und damit natürlich komplett real greifbaren konsequenzen wie weniger auskühlung so dekompressionspflichtige tauchgänge sind oft vergleichsweise lange so dass so das thermische budget natürlich der taucherin oder des tauchers noch mal einen anderen stellenwert gewinnt als bei einem reinen sport tauchgang alternativ kann man natürlich auch diese effizientere dekompression mit nitrox bis hin zu reinem sauerstoff als dekompressions gas kann man die verwenden um die sicherheitsmarge bei der dekompression zu vergrößern und so den tauchgang sicherer und vielleicht für den körper weniger belastend zu gestalten also da gibt es dann tatsächlich argumente die viel differenzierter noch zu betrachten sind und die dafür sprechen dass nitrox als dekogas möglicherweise ganz greifbare vorteile auch im gefühl nach dem tauchgang haben mag was wir auch noch besprechen wollen heute das ist die frage des tiefenrausches oft liest man ja sogar stickstoff narkose als alternatives wort und das möchte ich hier als unbedingt mal verbinden mit der frage ist nicht sauerstoff ebenfalls narkotisch auch das gibt es also auch diese ansicht gibt es unter taucherinnen und tauchern dass man mit nitrox vielleicht weniger tiefenrausch erleiden würde jetzt ist es auch hier so dass eine direkte studie mit realen taucherinnen und tauchern realen tauchgängen extrem schwierig zu machen ist schon allein aus dem grund und das kennen sicherlich manche von euch das subjektive empfinden des tiefenrausches naja das setzt bei mir zumindest so einem tiefenbereich bisschen über 35 meter normalerweise ein und da ist man ja schon so am ja tiefen ende des bereichs in dem man wegen der grenzen auf sauerstoff partial drücke nitrox gemische überhaupt einsetzen kann ist also nicht so klar wie man das jetzt direkt austesten könnte ohne taucherinnen und taucher testpersonen inakzeptabel großen risiken durch den sauerstoff partial druck auszusetzen aber ein blick in die wissenschaftlichen grundlagen hilft auch hier zumindest ein stückchen weiter zwar ist der genaue mechanismus über den der tiefenrausch auf ausgelöst wird nicht mit letzter konsequenz aufgeklärt und diese früheren ideen die es gab also dass das allein käme von der von der fettlöslichkeit der atemgase und und dingen die dann also im nervengewebe dadurch entstehen der lässt sich wohl so nicht halten aber es gibt das seht ihr hier zu rechten in diesem plot doch zumindest eine relativ starke korrelation für viele narkotisch wirkende gase zwischen in x-achse aufgetragen der fettlöslichkeit des gases und der alveolaren konzentration hier in atmosphären druck aufgetragen als y-achse die zur narkosewirkung führt und diese korrelation meyer-overtone korrelation sagt man dazu auch häufig ja die ist also nicht die alleinige erklärung für die narkosewirkung von gasen aber die ist jedenfalls zu gut um reiner zufall zu sein und wenn ihr da jetzt mal guckt da seht ihr natürlich einige klassische narkosegase aufgetragen in diesem plot chloroform zum beispiel aber auch hier nitrous oxide das ist das lachgas und aber eben auch den stickstoff und wenn man jetzt mal vergleicht die fettlöslichkeit von sauerstoff und stickstoff stellt man fest oha die fettlöslichkeit von sauerstoff die ist sogar ein bisschen größer als die von stickstoff das heißt davon allein mal ausgehend dass diese korrelation zumindest ein hinweis auf die narkose fähigkeit von gasen sein könnte müsste man sogar annehmen dass sauerstoff narkotischer wäre als stickstoff gibt auch hier wieder ein sozusagen dem entgegenwirkenden mechanismus natürlich wird sauerstoff metabolisiert im gewebe und dadurch sinkt lokal der partialdruck ein bisschen ab und vermutlich gleichen sich also diese beiden dinge so in etwa aus so dass es eine erstmal sinnvolle annahme ist dass ein narkose potenzial von sauerstoff in summe total vergleichbar ist dem von stickstoff sprich zum mitnehmen wir haben keinerlei hinweis darauf dass nitrox weniger narkotisch sei als luft wir müssen davon ausgehen dass nitrox genauso narkotisch wirkt gleichen tiefenrausch auslöst wie luft auch hier gehört auch so ein bisschen dann noch dazu und auch das wieder so ein kleiner ausblick wenn es für die ein oder andere den ein oder anderen von euch dann mal ins technische tauchen geht zum beispiel gibt natürlich noch andere gase die man verwenden kann als teil des atemgas gemisches insbesondere beim tauchen wichtig das helium und helium ist tatsächlich sehr viel weniger narkotisch als stickstoff und sauerstoff und klar da gibt es dann also die möglichkeit helium zuzufügen zum beispiel also trimix gemischen helium sauerstoff und stickstoff um unter anderem eine verringerung des narkose potenzials des atemgases zu erreichen und was da wichtig wird ist dass man sich gedanken machen kann über ja die äquivalent narkotik des also die äquivalente narkosetiefe sprich über die frage einem wie tiefen luft oder nitrox tauchgang entspricht von der narkose wirkung her mein geplanter tauchgang wenn und sollte ich da vielleicht an meinem atemgas gemisch noch etwas ändern also das ausmaß des tiefenrausches abschätzbar zu machen im vergleich zwischen verschiedenen atemgas mischungen und wie man diese äquivalent narkotik depth ausrechnet das ist gar nicht komplex zwar ist der effekt des tiefenrausches natürlich ein effekt des drucks aber wir können ja wir tauchen im wasser wir können also sehr einfach druck und tiefe tatsächlich umrechnen muss man nur darauf aufpassen dass wir natürlich sowieso auch schon an land einen umgebungsdruck von circa einem bar haben die atmosphäre eben die entspricht schon einer wassersäule von circa zehn metern das ist also in dieser formel die hier seht end ist gleich das sind diese plus und minus zehn meter das ist jeweils die atmosphäre so und wie macht man das jetzt nun da steht einmal tiefe plus zehn meter das ist also sozusagen die tiefe die ich plane für den tauchgang und mit den zehn metern zusammen kriege ich dafür ein maß für den absoluten druck und das multipliziere ich jetzt mit dieser zweiten klammer da steht 1 minus f helium f helium ist der prozentuale anteil an helium im atemgas 100 prozent werden 1 50 prozent werden 0,5 20 prozent wenn 0,2 und jetzt seht ihr schon wie das geht also ich habe hier die tiefe plus die zehn meter und wenn ich jetzt ein gemischt tauche luft oder nitrox in dem kein helium vorhanden ist naja dann ist f helium 0 dann multipliziere ich das einfach mit 1 und dann steht da nichts anderes als tiefe plus 10 meter minus 10 meter also dann ist die end eben genau die tiefe des tauchgangs wenn ich aber jetzt gewissen helium anteil im atemgas habe naja dann reduziert dieses f helium den faktor mit dem ich multipliziere dementsprechend vom ausmaß des tiefenrauschs her fühlt sich der tauchgang an wie ein flacherer luft tauchgang oder nitrox tauchgang was die idee dahinter da so ein bisschen vernachlässigt ist dass auch helium ein gewisses von null verschiedenes narkose potenzial hat ist aber deutlich kleiner als das von stickstoff und sauerstoff ja zusammenfassend kann man sagen es gibt natürlich für nitrox sehr sinnvolle einsatzmöglichkeiten beim sporttauchen was es nicht gibt ist harte evidenz für eine geringere müdigkeit nach dem tauchgang durch das verwenden von nitrox als dekogas verwendet gleichwohl würde ich sagen gibt es gute argumente warum nitrox tatsächlich greifbare vorteile punkte körperlicher belastung haben sollte und ich rate bei diesem ganzen thema einfach dazu persönliche präferenz und persönliches subjektives empfinden von objektiven aussagen zu trennen und in bezug auf die narkose wirkung gibt es keinerlei anzeichen dafür auch kein gutes argument dafür dass es nennenswerte differenzen zwischen luft und nitrox geben sollte ich danke euch